Undine lebt in der gleichnamigen Sagenadaption von Christian Petzold eigentlich ein gewöhnliches Leben. Sie arbeitet als Historikerin, hält Vorträge zur Architektur Berlins und plant ihre Zukunft mit ihrem Freund Johannes. Da macht er mit ihr Schluss. Und das ist ein Problem. War sie das? Ich muss jetzt los. Du hast gesagt, dass du mich liebst. Für immer. Undine, bitte. Denn ein Fluch besagt, dass Undine den Mann töten muss, der sie hintergeht, um dann ins Wasser zurückzukehren. Doch Undine ist eine moderne Frau und will sich der Vorherbestimmung nicht beugen. Und als sie auf Christoph trifft, ist Johannes schnell vergessen. Aber kann Undine ihrem Schicksal wirklich einfach so davonlaufen? Ich wollte Ihnen nur sagen, wie großartig Ihr Vortrag ist. Ich bin meistens unter Wasser. Ich bin Industrietaucher. Und ich tauche hier die Brückenköpfe ab und jetzt wohn ich mir einen Kaffee. Und da dachte ich, vielleicht hätten Sie gerne einen Kaffee während Ihrer Pause. Klarheit und Direktheit durchziehen nicht nur den Plot, sondern auch die ausgewählten Bilder. Gleichzeitig traut sich der Film Langsamkeit. Und er ist sich seines Gegenstandes wohl bewusst. Undine ist eine Sagenfigur, welche eigentlich in unserer modernen Realität keinen Platz mehr hat. Und so schafft es Petzold, aber vor allem Paula Bär, die Geschichte immer zwischen Realität und Mythos schweben zu lassen. Und so schafft es Petzold, aber vor allem nicht nur den Plot, sondern auch den Plot. Welche besondere Beziehung Petzold zur architektonischen Geschichte Berlins hat und warum das unbedingt in den Film rein musste, leuchtet mir zwar nicht ganz ein, aber auch das verpackt Paula Bär als Undine charmant und unaufdringlich. Es bleibt immer noch genug Raum für die eigentliche Geschichte. Ebenso überrascht der leicht humoristische Ton, der ab und zu gekonnt an die Oberfläche tritt. Das löst ein bisschen die Ernsthaftigkeit und so kann sich Undine klar vom oft steifen deutschen Kino abgrenzen. Zurecht ausgezeichnet mit dem silbernen Bären für Hauptdarstellerin Paula Bär. Undine ab dem 26. März im Kino.